Hi Papa! Also wegen eurem Besuch am Wochenende. Ich habe mir da was überlegt, wie wir Leipzig möglichst umweltfreundlich erkunden können. Nachdem ihr am Hauptbahnhof angekommen seid, schlenden wir zuerst ein bisschen durch die Innenstadt. Da zeige ich Mama und dir einige Highlights der Stadt. Ein schöner Mix aus Alt und Neu. Hier gibt es wirklich an jeder Ecke was zu entdecken. Am Anschluss gehen wir dann Mittagessen. Es wartet richtig leckere, regionale Küche auf euch. Danach machen wir dann einen Abstecher in den Auwald und keine Sorge, Leipzig ist nicht umsonst die Stadt der kurzen Wege. Wir erreichen alles entspannt zu Fuß oder mit dem Rad. Wusstest du eigentlich, dass Leipzig zu den grünsten Städten Deutschlands zählt? Ein Drittel der Stadt besteht aus Parks, Wäldern und anderen Grünflächen. Später fahren wir mit der Tram Richtung Westen, wo wir uns bei einem Kaffee am Kanal entspannen können. Gleich in der Nähe gibt es außerdem viele kleine besondere Läden, die regionale und nachhaltig produzierte Produkte anbieten. Also vergesst eure Einkaufsbeutel nicht. Zum Schluss geht es dann auf die Sachsenbrücke, wo wir den Tag ausklingen lassen. Das gehört deinem Besuch in Leipzig einfach dazu. Ich freue mich auf euch. Das gehört ich auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020